So, Kopf. Hey, super die Maske. Oberkörper. So. Ich glaube, ich mache lieber Anzüge wieder. Das war sinnvoller. Das war der Rächter, genau. Ich kriege das... Ah, f*** mich, Mann. Ich kriege das nicht hin hier. Noll. Mann. Hier gibt es nur Scheiße in dem Laden. Ach, hast du das Ding gehackt? Ach so. Toll. Und ich versuche es hier gerade zu hacken, ey. Ich glaub das nicht. Also, hier gibt es nicht so die schönen Anzüge. Oder war das bei Outer? THEلم end! Hulk. ich gehe zu meinem let's pretend rüber so das sieht geil aus eigentlich schon das Kostüm mit den roten Linien und so Scheiße Bullen Nein fuck the police oh mein Gott oder eben nicht so schön eine Datensammlung auf dem Weg und er hat geschafft so gleich in Auftrag Warte ich habe hier gerade im Laden gehackt so mein liebliches Let's Pretend mach mal Nase putzen mach das so deutlich besser als sie jetzt ich sehe welche Schuhe ich will einen guten Anzug kann das nicht sagen ach Mist das ist scheiße das kann ich alles nicht bearbeiten ich kann es ja nicht sagen ich will mal gucken ich will mal gucken wie ich besser was finde was ich bearbeiten kann lol je mehr aussteht desto besser haben die hier glaube ich als Motto zumbie zumbie shirt was so wenig Sachen so ähm Das ist ein schlechtes Joke. Was ist das? Wow. Oberkörper. Ah, Entzüge. Bam. Und den nächsten Laden gehackt. Das sieht ja geil aus, die Russen. Aber der Fluss gehackt schon mal alles. Naja. Ist ja so. Ne. Ach da, Waffen kaufen und verbessern, das wollte ich doch. Spreng Munition, jetzt kann's abgehen. Oh yeah, so hat es zu weiß. Kräfte. Alter, ich hab was gefunden. Echt? Sprunghöhe 3. Hab' ich auch schon. Ah, okay. Stimmt. Oh, Scheiße, was geht jetzt auch? Ja. Ähm. So. 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 Hast du gerade irgendwas gestartet? Nee. So. Ich bin auf einmal mal... Du bist gestorben. LOL. Auch nicht schlecht. Hä? Was nu? Äh, ich speicher kurz. Ach so. Das ist ne gute Idee. This is a good idea. Ja. Ich brauch mal grad 35.000, damit ich mir das... Mac. Mac May das Scharfschützengewehr holen kann. Und die Pistolen. Okay. Hast du jetzt echt exklusiv-Modi geholt? Ja, klar. Läuft bei dir. Ich warte, glaub ich, aufs Mac May das. Ich würde das Mac May das mal angucken. Ich hab mir mal so ein bisschen was, äh, designt sich ganz gutes gefunden, was ich finde. Okay. Uh, ich kann jetzt zweimal stürmen, das ist geil. Wie meinst du das? Ich hab mir Luftsturm 2 geholt, das heißt, ich kann jetzt zweimal so schon Luft, in der Luftzonen schon einen Sprint machen. Ich warte, wo wir zurück sind. Was, die Pistole jetzt eigentlich durchgeupgradet? Nein, dafür fehlt mir noch das Geld. Okay. Ähm, wir machen jetzt die Quest, weißt du, was wir da kriegen am Ende? Ähm, na? Die Dubstep-Kanone. Du weißt schon, dass ich das DLC dafür nicht habe, ne? Das ist kein, das gibt's kein DLC. Echt nicht? Also vollstand bei mir, wenn, wenn ich die DLC... Gibt nur Lieder dafür, als DLCs. Guck mal hier. Machst du einen auf Ghosts, oder wat? Ja, wie gesagt, äh, bei Still better, Still better than Call of Duty Ghosts. So, äh, Aufträge, dann machen wir das nicht mehr. Wahlkampagne der Zerstörung. Alleinlassen. Wörter Seven. Ja, schaust du das? Ja, die Grünen. Ja, die Grünen. Ich bin jetzt noch mal, kurz. Ja, jetzt kann ich mal das rennen? so bereit weil ich muss das auch zu dir kommen ach so ist ein Chaoslauf so also unterbranche sollten wir schon nicht machen weil dann haben wir verloren ja das kriegen wir schon hin oh alles ist abnormal weil du kannst ja echt auf Autos scheißen weil die einfach mal raufen rennst scheißen ich bin durch dieses Ding nicht die Orientierung hier oh ja so ich bin glaube ich ö ö ö ö ö und meine bisschen gut dabei das war scheiße das war richtig scheiße so 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 Silber, Silber, Silber! Läuft! Auf jeden! So, die Welt haben wir uns wirklich verkackt. Oh, gibt's halt noch mal nochmal Geld? Hat der Schild. Hier mal hin, ne? So. Level 11. Wow. So. Führen wir gleich durch die nächste Mission. Wahlkampagne der Zerstörung, genau. Steige den Turm hoch, hätten wir machen müssen, ne? Haben wir aber schon gemacht, hahaha. Also wir haben schon Schöne gemacht. Die beiden hat einfach keine Superkräfte. Scheiße, keine Ausdauer mehr. Ja. Und hui! Ich mach nebenher noch ein Unruherd. Und ne, geht gar nicht. Gegner sind nicht da in der Zeit, okay. Ne, das könnten wir nicht zerstören, das war... Das haben wir noch nicht den Skill. Das war's. Das war's. Die Krisch-Leute. Ich könnte es sein. Ja. und los geht's ja das ist die schwarze Lochkanone Aua ist das geil alter Aua das ist immer meine Lieblingsparte Aua 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 Das ist so lustig Ja aber auch ein bisschen schwer Fühlt ja üblich Scheiße hab ich selber eigentlich gesagt Ja das mach ich auch für die ganze Zeit auszusehen Aua 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 ich mag die waffe ja das ist ein panzer so panzer weg na haben wir noch selder geschaffen mit einem glücksfall auf jeden fall sehr schön da haben wir noch selder geschaffen ja man kann vielmeiner hier durchdrehen alter ja meine auch mit den fetten Tattoo die sind aber meine Skill überhaupt nicht die Tattoos Level 11 ja alles los warten auf Floschi ja ich bin auf dem Weg so so dann bin ich ja wieder äh 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 haben wir auch schon gut geschafft was geschafft war ja ne so und jetzt so wir haben sie schon okay beseitige die sind truppen ich glaube das ist der Sinn dahinter m man kann sich schlichte worden zu machen und wand hochlaufen es ist geil High es wäre erst mal 800 Meter gegleitet oder geglitten 500 Meter, 400, 300 Wunder die Verschöße, ich soll auch eine Waffe auswählen Warten mal auf mich okay ich warte. Ich hab mal Blast und so geupgradet, das heißt ich kann jetzt einen One-Hit-Leader um er will nicht besser werden und das ist verreckt die einfach alle auf einen Schlag ist das geil 0 die Städte singen so geht zum Ziel und es sind die Welches Ziel die Städte die alles so mit der Zielperson das ist so fies so müssen die Leute schlagen und Sprung ähh zu weit zu weit zu ab sie das war ein alter Spieler wahrscheinlich einer aus 10.02 oder so